Verbringst du Stunden über Stunden, nur um ein einziges A Cappella zu extrahieren? Das ist Schnee von gestern. Das ist alles Schnee von gestern. Denn mit der Artificial Intelligence von LALALAY kannst du binnen von Minuten dein A Cappella in hoher Qualität extrahieren. Für meine kommenden DJ-Sets wollte ich unbedingt ein neues DJ-Intro produzieren. Ich finde immer, so ein DJ-Intro gibt dem Set nochmal so eine persönliche Note. Meine Songs hatte ich eigentlich auch relativ schnell gefunden. Die Vocals von Utopia finde ich eigentlich mega nice. Und die nutze ich, glaube ich, auch für mein DJ-Intro. Also suche ich schnell nach meiner A Cappella-Version von dem Song, um die Vocal zu bekommen. Und, au, shit, es gibt keins. Das extrahieren vom A Cappella oder das Isolieren dauert voll lange, da habe ich gar keinen Bock drauf. Was mache ich also? Gott sei Dank gibt es die Website LALALAY, die mir dabei schnell hilft. Mit LALALAY kann ich in binnen von Minuten meinen Vocals von dem Song extrahieren. Aber nicht nur das, ich kann auch die Drums isolieren, die Instrumentals oder nur die Melodie oder nur den Bass. Mega! Jetzt kann ich noch wählen, wie stark der Verarbeitungsprozess von der AI sein soll. Soll er entweder normal sein, soll er mild sein oder aggressiv? Ich lade also den Song Utopia hoch und höre mir die Peerview an. Ich habe eigentlich kein krasses Resultat erwartet oder sagen wir mal ein angemessenes Resultat. Aber das Resultat, was ich bekommen habe, das hat mich krass überrascht. Will, Bro! Okay. Das A Cappella downloade ich und lade es dann in Ableton rein, um mein Intro, mein DJ Intro zu basteln. Ich füge den zweiten Song hinzu, füge ein paar Infekte hinzu und ein bisschen Noise und zack, ich habe mein DJ Intro. Das A Cappella downloade ich und lade es dann in Ableton. Für einen so wie mich, der mit Producern noch nicht so viel am Hund hat, ist Lala Lay echt eine gute Option, weil ich dann schnell meine A Cappella bekomme, falls sie nicht online verfügbar sind. Oder wenn ich schnell die anderen Stamps haben möchte, wie die Drums oder ein Instrumental. Das Extrahieren von den Stamps mit der AI von Lala Lay hat natürlich auch seinen Preis. Es gibt ein kostenloses Paket, wo du bis zu 10 Minuten hochladen kannst oder drei Songs. Gerade für jemanden, der das ausprobieren will, ist das natürlich eine coole Option. Falls du mehr Minuten brauchst, dann kannst du das Light-Paket für 10 Dollar kaufen, da hast du 90 Minuten verfügbare Zeit. Falls du noch mehr brauchst, dann gibt es das Plus-Paket gerade für 20 Dollar, da hast du inklusive 300 Minuten. Ganz ehrlich, selbst 20 Dollar im Verhältnis zu, was man bekommt und gerade für Leute, die sich nicht so auskennen, wie man A Cappella selbst extrahiert, ist das echt ein günstiger Preis. Vocals und Instrumentals zu extrahieren waren noch nie so einfach wie mit AI von Lala Lay. Mit Lala Lay erhältst du in weniger Minuten das A Cappella, was du brauchst, in sehr, sehr guter Qualität für einen günstigen Preis. Und falls du es ausprobieren willst, es ist for free. Die ersten 10 Minuten sind for free und den Link zu Lala Lay findest du unten in der Videobeschreibung. Viel Spaß beim Austesten. Für weiteren DJ-Content hier auf dem Kanal unbedingt dieses Video auschecken, ansonsten unbedingt dem Video auch ein Like nach oben geben, damit mehr Leute dieses Video sehen und mein Kanal etwas gepusht wird. Gib mir doch auch ein Abo, falls dir das Video gefallen hat und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video hier mit Wes. Hau rein, ciao!